Hallo und vielen Dank für eure tollen Einreichungen. Moment, was riecht denn hier so gut? Achtung, hier sind unsere frischgebackenen Nominierten. Ich habe mir die Freiheit für diesen schlechten Witz genommen. Also habe ich dir immer erzählt, wo ich war. Selbst wenn ich nur Pizza essen gegangen bin. Dann habe ich ein Foto von der Pizza gemacht und dir geschickt. Denn du wolltest, dass wir alles teilen. Frei, einfach jeden Tag aufs Neue die Dinge zu tun, die ich gerne machen möchte. Aber die Gesetze, die es immer noch gibt, die musst du trotzdem beachten. Du kannst auch nicht einfach das machen, was du willst. Und ihr habt die Freiheit zu liken, zu kommentieren und somit über unseren Gewinner abzustimmen. Und natürlich unseren Kanal zu abonnieren. Macht's gut und bleibt kreativ. Kann ich nur mit Menschenzern skalaиваем. Und wir ºим, lasst die再见 die Leute von uns jetzt wiederherstELung. Ja.